Wenn ihr einen Buch leset, seid ihr alle sehr brav gewesen. Über das ganze Jahr war ich über euch weiterhin so brav bleiben. Natürlich habe ich euch etwas mitgebracht. Ja, was ist das? Lena, für dich ein Backhals. Danke. Bitte schön. Anna-Tina. Hallo. Anna-Tina. Boah. Boah. Du bist natürlich. Du bist sehr schön. Oh, Herr Nikolaus, der Anna, Herr Backhals, gib ja mir, wenn sie es nicht mögen. Das mache ich gerne. Hey, Louis. Nee, ich bin so lieber als mir. Liebe Anna, komm heraus. Ich geb's dann mal den Opa Kohl. Boah. Danke, danke, Herr Nikolaus. Aber dann auch der Anna gib. Nur, wenn sie nicht ausergeben hat. Aus, kann's mir, wenn sie nicht ausergeben. So. Einen weiten Weg hab ich nie noch von mir. Werde mich verabschieden. Bleibt mir alle gesund übers Jahr. Nächstes Jahr komm ich dann wieder. Boah. Und das wollen nicht euch aufschreiben. Alles schreib ich doch. Die meine Buch. Alles. Die Kinder haben alle brav. Die Opa Kohl. Liebe Tante Claudia. Oh, Mann. Was auch du brauchst das Ganze her? Nein. Weiterhin so brav bleibst. Backhals habe ich dir keines mitgebracht. Dafür bist du schon zu euch. Ja. Lieber Dathina, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Jahr. Liebe Lena, auf Wiedersehen. Laat.